Hallo, ich bin die Haselnuss mit drei U's und ich zeige dir, wie du Songs in Beat Saber bei mir im Stream requesten kannst. Dazu gehst du einmal auf die Seite Beat Saber, den Link zu meinem Twitch-Kanal und diesen Link findest du unten in der Videobeschreibung. Dann klickst du hier oben auf die Suche, gibst deinen Wunschsong oder Band ein, dann siehst du hier alle Suchergebnisse und wenn man hier jetzt zum Beispiel runterscrollt, dann sieht man hier Kingslayer. Ja, hierbei musst du darauf achten, dass es mehr Daumen nach oben als nach unten sind. Die Schwierigkeit hier kannst du getrost unbeachtet lassen, die meisten Songs schaffe ich eh. Und dann klickst du hier auf das Twitch-Symbol und kopierst dann den BSR-Code. Dann gehst du in den Twitch-Chat und drückst entweder STRG-V oder hier auf Einfügen und Enter. Und dann sagt dir der Bot auch, ob der Song in der Queue angekommen ist und sobald du dran bist, würde ich deinen Song dann spielen. Danke fürs Zugucken. Ciao.